Kommen zu Red Dead Redemption 2, Patrick im Western zu Part 18. Mein Name ist Patrick-Gamer-02 und ihr habt euch richtig entschieden, Cargurts und Carboys. Auf jeden Fall. Werden wir mal hier unser Lager abbrechen. Und werden wir dann mal hingehen. Unseren Revolver hier. Dann brauchen wir einmal Verbogen. Die machen wir mal eben hier sauber. Reinigen. Okay. Die tun wir mal hier einsammeln. So. 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 dann gehen wir mal hier. ein bisschen jagen. so. 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 so so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Uh-huh. Ouch. Ouch. Jetzt warten wir bis der Zug kommt. Wir werden den Zug ausrauben. Uh-huh. 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 Uh-huh.